HALLOWEEN! Hahahaha! Ist das etwa echt? Lass uns das loswerden! Wow! Oh, was ist das? Mach es aus, Nastja! Mach ein Foto! Ah! Oh! Weg mit dir! Das ist deine wandelnde Hand! Hm? 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 Ah! Ah! Puh! Oh! Eine Videokamera! Wow! Sehr cool! Ja! Oh, wow! Hahahaha! Hahahaha! Oh, wow! Das sind Halloween-Kostüme! Ah! Oh! Hahahaha! Hahahaha! Nee, das gefällt mir nicht! Lass uns noch eins anprobieren! Äh, Papa, gefällt dir das hier? Hahahaha! Hahahaha! Okay! Nein, das ist gar nicht mal so gut! Hier, guck dir meins an! Oh, was machst du denn da? Hahahaha! Hahahaha! Hey, probier mal das hier! Und dieses ist für mich! Aha! Oh! Ich bin ne Hexe! Schwules Kostüm! Hier, guck dir meins an! Hahahaha! Hahahaha! Oh, nee, 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 nee! Das ist zu viel! Und wie ist es mit dem hier? Ah, was ein gruseliges Kostüm! Papa, guck mal! Vielleicht ist es hier! Hey da, Leute! Hm, nicht schlecht! Aber es ist besser ohne das hier! Ah! Schnell! Hey! Hey! Hey, 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 hey! Und hier, komm her! Oh! Oh! Hahahaha! Uff, ha, ha, ha. Kann man das essen oder nicht, ha? Was isst du da? Schokolade. Willst du auch was? Ja. Das ist Schokolade und das ist normal. Stacy, bitte gib mir den Schlüssel. Mh, lecker. Hast du ihn gefunden? Oh, was machst du da? Keine Sorge, das ist ein Schokolade. Und das ist der echte. Oh, Sushi, da. Sushi aus Süßigkeiten? Möchtest du vielleicht tauschen? Ja. Ja. Yum, yum. Oh, ich fang mit dem an. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wow. Ein Stiefel aus Schokolade. Magst du meine neuen Stiefel? Ja. Öffne es. Wow. Ein Schnuller. Ich glaub, der ist aus Karamell gemacht. Hm. Oh, Süßigkeiten. Ja. Fertig? Los geht's. Nudeln. Oh, Nudeln. Ich hab ja auch Nudeln. Schauen wir mal. Was ist das? Oh, Spaghetti. Hm, lecker. Hm. Hm. Hm, lecker. Ah. Hi, 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 hi. Hm. Sie riechen okay. Ew. Eklig. Oh. Ich hab Buntstifte. Ich habe auch Buntstifte. Hm. Meine funktionieren irgendwie nicht. Hm, Süßigkeiten. Oh, ich will auch was davon haben. Bedien dich. Hm, das ist lecker. Komm, Papa, wir machen Blasen. Oh, ja. 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 Ha, 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 ha. Lelelelelelele. Oh, wow. Oh. Oh, darf ich sie haben, darf ich sie haben. Hm, nimm sie. Ja. Oh, 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 oh. Oh, Papa, kramisch. Hab dich. Hm. Darf ich vielleicht ein klein bisschen abhaben? Das ist nur für Mädchen. Gib sie mir. Ja. Schokolade. Darf ich auch ein kleines Stückchen, bitte? Nein, nur für Jungs. Oh, was ist denn hier drin? Was ist da drin? Was ist bei dir drin? Es ist Fisch. Möchtest du? Ja, nee. Okay, ich probiere die hier. Schokolade. Schokolade? Hm. Schon wieder nur für Mädchen. Schuhe, komm jetzt sind sie an. Sie passen nicht. Es ist Schokolade! Wow! Bravo! Nein, die sind auch aus Schokolade! Schokolade? Eww! Aua, mein Zahn! Oh nein! Ah, mein Magen! Das kommt von den ganzen Süßigkeiten! Nicht zu viel Süßigkeiten essen oder eure Zähne gehen kaputt! Autsch! Und du bekommst Bauchschmerzen! Mh, es besteht aus Zocker! Ja! Und das hier ist auch aus Zucker! Sogar die Nase! Wow! 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 Willkommen im Candyland Wow Yeah Hebe sie auf Ja, du schaffst das Wow, guck Bye, bye Hallo Wo bist du? Nastja Nastja, wo bist du? Nastja Ich bin hier Nast, oh, hier bist du Wo warst du nur? Uh, wir haben es geschafft Ja Hallo Hallo Wow Wow Juhu Wow 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 Wow! Nesteig! Pass auf, eine Echse. Und, schmeckt es? Guck mal hierher. Tschüss. Bye, bye.